so ist er wieder bei Let's Play Split Second ich hab gleich mal neu angefangen und ja würde ich sagen wir wiederholen das Event und die Helikopter die Verband und die vor allem ich könnte oder das wie ich ja und ich dann das ja das als wie so die ich habe habe das habe ich habe das was was Ja, wir sind die Besten und keiner kann uns nicht so gut wie hier. Sowas kann ich gar nicht leiden. Ja, hey, wir sind Zweiter. Hey, 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 hey! Boom. Hey, 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 hey. Es gibt es jetzt aber echt nicht. Es macht gleich eine Kurve und die sind alle kaputt. Viel zuerst! Geil. Was war das? ist da nicht gerade was umgefallen? Oh! Nein! Doppelzestörung Ich nehme doch die Besten Habe ich nie behauptet, ich habe nie behauptet, dass ich die Besten bin Ich habe jetzt einfach mal gut überhört, okay? Man hat es eigentlich wieder die Bestenordnung Neh, durdututututut! Trrrrdododo Jetzt muss ich mich aber echt anstrengen. Ich bin fast letzter 1, 3, 2, 1 Ein Platz Hey! Nein! Nein! Warum? Das ist jetzt aber nicht fair. Die Kunde fahren. Die Kunde fahren. Die Kuhlgung. Die Kuhlgung. Die Kuhlgung. Die Kuhlgung. Jaja, Jaja, Jaja! Das ist ein Verlitterrand. Der ist ein Luftanker. Okay, dann wächst mir mal Wagen. Ah, das der? Ja. Ja. Okay. Ich wollte gerade fragen, warum ist denn heute zu langsam, aber... Ja, ich will es gar nicht sehen, weil ich das Helikopter... Wir sind schneller. Scheiße. Doch nicht. Mir kommt der Wagen echt schneller vollster Antrag ein, um eingebalten. Boah. Boah. Was geht jetzt los? Sorry. Thomas. 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 Nein. Nein. Da bin ich gegen die Wand gefahren. Das ist auch ein Zeug. Nein. Auch nicht mittig. Boah. Ich habe mich nicht mehr zu sehen. Ich habe mir gedacht, wenn es nichts kostet... Weil ich dieses Spiel vielleicht auch... Let's play. Ich weiß auch nicht, aber... Ich habe mir den Trailer geguckt. Scheint richtig gut zu sein, das Spiel. Also... Falls es nichts kostet, werde ich das Spiel... Und falls es gut ist... Scheint auf jeden Fall gruseliger zu sein, als der erste Teil. Weil der erste Teil war gar nicht gruselig. micro play... Falls es Slender nicht kennt, geht auf unseren Kanal, auf Play Lists. Sie sind unsere Slender-Lets Places, leider nur drei. Ich würde auch an eurer Stelle nicht mit Slender 2 anfangen, wenn ihr nicht mehr mehr Slender 1 könnt, weil... Slender 1 ist quasi wie so ne Art Vorbereitung. Nein! 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 Wir haben uns an Combo verloren, das gibt's doch gar nicht! Eine Welle noch? Nein! Ja, es sind 8 Runden insgesamt! Das ist immer schon Dreck! Warte! Und wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir... Zweiter! Cool, 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 cool! Wir brauchen noch 5 Credits für den nächsten Morgen! Und die holen wir uns! Dann nehmen wir uns an 9! Mal gucken! Okay... Schlimm, warum wir hätten da so lange? Geht doch. Oh, geil, ey. Der sieht aus wie so ein Ferrari-Brennwagen. Da ist wieder unser Torpedo. Geil. Hallo, Torpedos. Torpedo-Bär. Und da ist unser Fixen wieder. Alter. Nachlos. Life-Ware. Oh, nein, ich fahr rein. Ich fahr rein. Fixen wir es vor uns. Ich weiß nicht, ob ihr den absehen könnt, aber ich kann ihn sehen. Nein. Nein. Okay. Oh. Das ist wieder unser Browser. Torpedo. Wir sind alle vor mir. Ja, schlimm. Jetzt muss ich mich wieder nach vorne kennen. Das ist doch so. Ich bin doch raus. Nein. Oh. Haha, Torpedo auf die Schnutze. Der Hammer ändert die Strecke. Wie geht das denn? Ah. Was ist das? Alter. Und und und. Zweiter sind wir. Zweiter sind wir. Zweiter sind wir. Zweiter sind wir. Die Strecke kennen wir schon. Leiter auf lang geht auf drei Minuten. Ob ihr es mitbekommt. Weiß ich nicht. Jetzt fällt das. Ne. Topedo ist wieder vor uns, unser Ferrari-Koßleiter ist gut, Vierfachauspuff. Dieser Wagen stand Vierfachauspuff. Vierfachauspuff. Alter, die Strecke kenne ich eigentlich noch gar nicht. Ich will auch die Strecke ändern. Boom! Alter, ist das die Air Berlin? Nein. Irgendwas wie Carlos. 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 Cabo. Da. Das Ende bekommt er mich an. Überraschung lassen. Nein. Nicht überholen. Torpedo. Doppelzerstörung. Torpedo kaputt. Mein Leiter ist ein Arsch. So. 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 Und dann verschwunden. Wann Sie kommen? Ich hab das jetzt lauter rausch gehört. Aber ich hab gerade geguckt. Ob mein Aufnahmverkommen auf alles ist. Ja. und er ist eine doch noch doch noch mitbekommen aber ein zweites Rennen wird sich nicht lohnen die Melodie passt so gut und die haben neuen Wagen freigeschalten wieder gleich zur letzten zum letzten Rennen Glückwunsch Lotto gewinnen für die nächste Folge qualifiziert als Okobu und ein neues Auto aber der sieht nicht so gut aus na 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 ok Leute dann würde ich sagen ähm sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder ich mach jetzt einen frühen Cut und ja bis zum nächsten Mal Leute und haut rein